Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Herbert Beer von der Golden Gates Edelmetalle AG. Wir sprechen über Investitionsmöglichkeiten in Technologie, Metalle und seltene Erden. Herr Beer, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mal die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Ja, ist immer wieder schön bei euch. Deswegen bin ich auch hier. Ja, und die Themen sind auch spannend. Ja, die Themen sind immer gut. Denn Sie haben uns heute Technologie, Metalle und seltene Erden mitgebracht. Zumindest erstmal gedanklich, auch physisch. Ich habe es schon gesehen, wir werden die später noch mal ein bisschen näher in den Fokus nehmen. Aber um so ein bisschen in das Thema einzusteigen, Technologie, Metalle und seltene Erden sind in der heutigen Welt von entscheidender Bedeutung. Was macht denn diese Rohstoffe eigentlich so wichtig, zum einen für moderne Technologien und auch für Innovationen? Weil es passiert ja so viel da draußen in der Wirtschaft. Naja, gut, ich meine, der Hintergrund ist ganz einfach. Wir leben ja heute in einer Welt der Technologien. Da kommen immer wieder neue dazu. Das sind teilweise politisch gewollt. Einfach wichtig auch für das Thema Klimawandel, Klimaschutz, Energiewende. Und dort diese Technologien, die wir alle dort haben und die immer neu dazukommen, die brauchen einfach wichtige Metalle. Ohne die, die Technologien kann nicht funktionieren. Und die Nachfrage ist riesengroß. Leider Angebot beschränkt. Und das macht das ganze Thema so interessant. Jetzt nennen wir mal so ein paar beim Namen. Ich muss selber nochmal auf meine Liste schauen. Lithium, Kobalt und seltene Erden. Diese Technologiemetalle werden ganz oft mit Elektromobilität und auch Energiewende in zusammengebracht. Das sind ja auch gerade so Buzzwords in unserer heutigen Zeit. Ja, also Lithium und Kobalt, das sind jetzt nicht gerade die spannendsten Metalle, die jetzt für unsere Anleger vielleicht interessant sind. Weil Lithium ist viel zu billig. Da haben wir Probleme mit der Lagerung. Oxidiert auch ziemlich schnell, muss gleich verarbeitet werden. Also das ist jetzt nicht ein Thema, das für die Anleger interessant ist. Kobalt könnte es sein, gibt es aber wenig Anwendungen. Aber es ist richtig, das sind Mitbestandteile für Elektroautos. Nein, wir beschäftigen uns mit ganz anderen Dingen, mit so Metalle wie Indium, Gallium, Germanium, Hafnium und dann natürlich die seltenen Erden. Wobei die seltenen Erden, da gibt es ja eigentlich 17 Stück, es ist also nicht nur eine Erde, sondern man unterscheidet die dann auch noch. Und dann haben wir auch nochmal vier, die natürlich ein bisschen abenteuerlicher sind vom Namen her. Brasiodym, Disprosium, Neodym und Terbium. Das sind zum Beispiel die Metalle, mit denen wir uns beschäftigen. Man könnte auch zusammenfassend sagen, das sind die klassischen Magnetmetalle, weil die in allen Permanentmagneten drin sind. Okay, jetzt haben wir ja ganz, ganz viele unterschiedliche Namen gehört. Aber welche Technologiemetalle und seltenen Erden sind denn im Moment und aktuell am gefragtesten? Und vielleicht haben Sie auch ein paar Anwendungsbeispiele, in welchen Branchen die im Moment auch wirklich sehr gefragt sind. Also es ist so, bei seltenen Erden, ich habe gerade die vier Magnetmetalle genannt, die sind hauptsächlich wichtig für alles, was sich letztendlich bewegt. Also für alle Elektromotoren. Deswegen sind wir dort bei Elektrofahrzeugen, da sind wir bei Windkrafträdern, dann sind wir bei kleinen Teilen. Selbst im Smartphone, wenn es um Vibratoren geht oder Kamera, die brauchen alle Permanentmagneten, weil da geht es ja immer ein bisschen um das Thema Strom, um eine generelle Stromgewinnung, gerade bei Windkrafträdern. Und die Metalle haben halt den stärksten Magnetismus und damit haben wir die größte Stromausbeute. Das ist ein bisschen was Physikalisches jetzt. Und damit sind die ungemein wichtig. Und ohne diese seltenen Erden als Beispiel funktioniert nichts. Und bei den Technologiemetallen, da gibt es ein paar ganz einfache Dinge. Ohne Gallium keine LED, ohne Indium kein Smartphone, ohne Germanium kein schnelles Internet, weil Germanium ist in jedem Glasfaserkabel, ohne Hafnium keine schnellen, modernen Computerchips. Also es war jetzt jeweils eine wichtige Anwendung. Man muss einfach immer eines wissen, ohne diese Metalle läuft nichts. Dann schauen wir jetzt mal auf den wirtschaftlichen Aspekt. Wie beeinflussen denn zum Beispiel globale Trends oder auch geopolitische Entwicklungen die Preise, die Nachfrage, die Wirtschaftlichkeit von diesen seltenen Erden- und Technologiemetallen? Und gibt es vielleicht ganz spezifische Länder oder auch Regionen, die hier eine ganz besondere Rolle spielen? Naja gut, ich meine, die meisten Technologien, die wir heute haben, weil es ist egal, ob es um Windkraft geht oder ob es um Photovoltaik geht oder Elektrofahrzeuge politisch gewollt. Das heißt also, dass auch weltweit, das ist einfach zum Thema Klimawandel, Klimaschutz gehört jetzt einfach mit dazu. Erneuerbare Energien, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Also das ist ja das, was einmal wichtig ist. Gerade bei seltenen Erden haben wir halt das Problem, dann auch das andere Problem, dass halt fast 100 Prozent dieser seltenen Erden kommen aus China. Das heißt also, man schafft ja damit wieder neue Abhängigkeiten. Man ist jetzt eine fast los und jetzt kommt die neue, denn die Chinesen beherrschen diesen Markt ganz klar. Die bauen ja auch selbst im Land diese Permanentmagneten und exportieren die. Das heißt also, da sind wir sehr, sehr stark abhängig. Und die restliche Welt versucht halt jetzt selbst zu schauen, wo haben sie selbst seltene Erden zum Abbauen. Also das sind nur spannende Themen. Das macht natürlich das ganze Thema noch interessanter. Hauptsächlich die EU kümmert sich ja um das Thema. Ich glaube, es gibt über keine Themen so viel Literatur von der EU wie um das Thema Rohstoffe, weil wir in Europa haben nichts, da gibt es keine Förderung. Wir müssen alles importieren und damit muss man natürlich schauen, welche Technologien gibt es, wie viel Material braucht man, wie viel gibt es weltweit, haben wir genügend. Das sind so die spannenden Themen, die auch dann interessant für jeden Anleger sind. Herr Bär, wenn wir jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die sagen, das ist ein unglaublich spannendes Thema, ich möchte unglaublich gerne investieren. Welche Investitionsmöglichkeiten habe ich denn bei den Technologiemetallen und seltenen Erden? Gibt es da bestimmte Produkte oder Strategien, die Sie als Experte empfehlen können? Ja gut, das ist auf alle Fälle klar. Die meisten dieser Technologiemetalle kann man kaufen, die gibt es in physischer Form. Das ist wichtig, physischer Form. Dann brauchen die natürlich entsprechende Reinheitsgrade, damit sie auch in der Industrie verarbeitet werden können. Ja, und wir bieten ganz einfache Dinge an. Und man kann eine einmalige Investition machen in mehrere Metalle. Ich empfehle immer einen Metallmix, also mehrere Metalle zusammen. Die laufen dann unterschiedlich. Man kann auch bei uns einen Rathensparvertrag machen, geht schon ab 50 Euro los. Man kann also schon mit wenig Geld in diese Metalle investieren. Und wir hatten die letzten zehn Jahre schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Also was die Wertentwicklung. Und das ist halt was Modernes, geht halt für die Zukunft. Und ich glaube, das ist das Interessante. Und man sollte, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, dorthin auch ein bisschen was investieren. Ja, und was total klar ist, die Innovationen, die werden ja nicht weniger. Das heißt, gerade im Technologiebereich wird so viel entwickelt und unterschiedliche Produkte und Devices, dass die Metalle natürlich auch weiterhin gefragt sind. Ja, ja, das ist ja das. Es gibt ja immer wieder neue Technologien. Und das Interessante ist, es passiert dann immer auf den fast gleichen Technologiemetallen oder seltenen Erden. Und was noch interessant ist bei dem Thema, die sind ja alle zum größten Teil nicht recycelbar. Also seltene Erden, da gibt es nur das ein oder andere, vielleicht mal geringe Recyclingquoten. Bei den Technologiemetallen Recyclingquoten null. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, das, was man fördert, wird verbaut. Und ich komme die nächsten vielen, vielen Jahre nicht ran. Denn wie lange ist ein Windkraftrad? Also das Thema Recycling verschieben wir erstmal in 15, 20 Jahren. Und das ist auch eine Problematik. Jetzt müssen wir alles verarbeiten, können mit Recycling nichts machen. Und jetzt haben wir halt aktuell ein bisschen zu wenig Material. Welche Dienstleistungen oder Investitionsmöglichkeiten bieten Sie sonst noch für Kunden? Oder vielleicht noch einmal zusammengefasst, die sich gerade für diese wertvollen Rohstoffe interessieren? Gut, wie gesagt, wir machen Einmalanlagen. Der Kunde kauft physisch die Metalle, entweder im Mix oder Einzelmetalle. Da muss man halt dann schauen, in was für eine Richtung er gehen möchte. Die ganze Ware liegt dann im Zollfreilager. Dort zahlt er dann keine Mehrwertsteuer. Da wird das fachgerecht gelagert. Und er kann es jeden Tag verkaufen. Im Gegenteil, sogar noch hochinteressant, wenn er nach einem Jahr Haltefrist, wenn er was verkauft und Wertzuwachs macht, dann ist es darüber hinaus noch abgeltungssteuerfrei. Also ein riesiger steuerlicher Vorteil, so wie bei Gold oder auch wie bei Silber. Es ist ja immer das gleiche Thema. Und wenn er es verkauft, dann verkauft er es. Und es geht dann natürlich klassischerweise immer an die Industrie zurück. Aber das managen wir alles. Da muss sich der Kunde um gar nichts kümmern. Wir haben unsere Preise auf der Homepage. Da sieht er, Ankauf, Verkaufspreise, total transparente Geschichte. Und ich glaube, das ist eine hochinteressante Sache für jeden. Sehr, sehr spannend, Herr Wehr. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles klar.